Man könnte meinen Vortrag in 30 Sekunden abhandeln. Es gibt nichts Neues. Bewegungstherapie und Reha muss sein bei Herzschwäche. Daran hat sich nichts geändert. Jetzt habe ich aber 15 Minuten Redezeit. Also werde ich die auch versuchen, mit einem hoffentlich akzeptablen Unterhaltungswert zu füllen. Die nächsten Folien verdanke ich Bernhard Schwab. Ende der 80er Jahre war noch die Lehrmeinung gewesen, Herzenssuffizienz, Schonung erforderlich. Und zwar dauerhafte Schonung erforderlich. Und dann gab es erste bahnbrechende Entwicklung aus der deutschen Rehabilitation, die gesagt haben, mit einer minimalen Bewegungstherapie schaffen wir es trotzdem, trotz Herzenssuffizienz, den Leuten zu helfen, ohne dass die befürchteten Komplikationen eintreten. Später wurde noch mal im Rückblick festgestellt, ja, hier sind noch mal die beiden gegenteiligen Meinungen Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre aufgeführt. Lehrmeinung, Schonung erforderlich, komplett, jegliche Form von Belastung kritisch. Und dann die ersten bahnbrechenden Entwicklungen aus der deutschen Rehabilitation, die zu einem kompletten Sinneswandel geführt haben. Später noch mal im Rückblick bis Ende der 80er Jahre war Schonung das Therapieprinzip bei Herzschwäche und erst später wurde dann die Bewegungstherapie entdeckt, erforscht und hat sich dann als entscheidendes therapeutisches Moment in der Therapie der Herzschwäche etabliert. Was bewirkt Bewegungstherapie bei Herzschwäche? Die Wirkungen sind zahlreich, die Endothelfunktion bessert sich, die Refaskularisation der Muskulatur bessert sich, das hat man in Biopsiestudien und in CT-Studien nachgewiesen, die Sauerstoffaufnahme der Muskulatur bessert sich. Das brauche ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen aufzuführen, ich kann Ihnen nur sagen, dass Bewegungstherapie bei Herzschwäche theoretisch exzellent erforscht ist in einer theoretischen Wirkung mit sehr, sehr hohem Aufwand und mit hoher wissenschaftlicher Qualität. Wir wissen, dass spiroergometrische Parameter sich bessern, dass die Lebensqualität sich bessern, dass die Leistungsfähigkeit sich bessert. Und dafür gibt es zahlreiche, sehr, sehr profunde wissenschaftliche Nachweise. Der Vortrag wird ja wahrscheinlich auch vom Landesverband publiziert und dort können Sie dann die einzelnen Literaturstellen, wenn dann Bedarf ist, auch gerne nachlesen. Also die Fülle der Publikationen über den theoretischen Nachweis, dass Bewegungstherapie bei Herzschwäche förderlich ist, die ist umfangreich und die ist erschöpfend und es gibt gar keinen Zweifel daran, dass wir hier mit Bewegungstherapie bei Herzschwäche etwas entscheidend Gutes bewirken. Das gilt auch besonders für die Atemtherapie. Wir wissen also zum Beispiel, dass Luftnot bei schwerer Herzschwäche durch eine gezielte strukturierte Atemtherapie sich bessert und trotz unverändert schlechten Ventrikels zu einer relevanten Leistungssteigerung der Patienten führt. Also dieser periphere, muskuläre Ansatz in der Therapie der Herzinsuffizienz, der ist erfolgversprechend ausreichend erforscht. Und das gilt auch für Herzinsuffizienzpatienten im hohen Lebensalter. Da gibt es also keine Altersgrenze, die wir beachten müssten. Und das gilt für alle Formen der Herzinsuffizienz, systolische, mittlere Herzinsuffizienz, diastolische Herzinsuffizienz und so weiter. Wir können also bei der theoretischen Betrachtung der Wirkung der Bewegungstherapie eindeutig feststellen, Bewegungstherapie ist absolut therapeutisch wirksam, bei Herzschwäche fast in jeder Form. Es gilt auch für Bewegungstherapie im Wasser. Ich weiß, dass manche davor zurückschrecken wegen der Frage der Flüssigkeitsumverteilung oder der arrhythmogenen Wirkung im Wasser. Wir machen seit 20 Jahren auch bei eingeschränkter linksventrikulärer Funktion Therapie im Wasser, also Bewegungstherapie im Wasser mit sehr, sehr guten Erfolgen, praktisch ohne Komplikationen, wenn man so will. Der einzige Knackpunkt bei der ganzen Bewegungstherapie bei Herzschwäche ist der, dass sie nicht angewendet wird. Alles andere ist eigentlich völlig klar. Es hilft, es wirkt. Wir haben in der Frage der Mortalität, da gibt es noch mal hinterher was zu sagen, aber alle symptomatischen Wirkungen sind da, sind theoretisch nachgewiesen. Und die Frage ist, warum wird dieses so gut erforschte und belegte therapeutische Instrument nicht flächendeckend und konsequent angewendet? Das ist das Hauptproblem. Und deswegen jetzt noch einmal ein Blick auf die aktuellen Leitlinien, die, wie ich schon gesagt habe, noch mal bestätigen, dass Bewegungstherapie bei Herzschwäche nachgewiesen ist, nicht nur theoretisch nachgewiesen ist, sondern in den Leitlinien als bedeutsam und sozusagen Pflichtprogramm in der Therapie der Herzschwäche empfohlen wird. Hier die aktuelle Leitlinie der Europäischen Herzgesellschaft für Diagnose und Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz. Dort finden wir die Empfehlung, dass Patienten mit Herzschwäche in ein ambulantes, strukturiertes oder langfristiges, strukturiertes Schulungsprogramm integriert werden sollen und dass sie ermächtigt werden sollen, das Selbstmanagement der Herzinsuffizienz durchzuführen, durchzuführen, zu beherrschen. Das heißt, die brauchen eine Schulung. Diese Schulung wird typischerweise in meiner Wahrnehmung in der Rehabilitation strukturiert durchgeführt. Es gibt aber auch ambulante andere Programme, die Herzinsuffizienzpatienten schulen. Und dann sagt die Leitlinie, dass Bewegungstherapie bei allen Formen der Herzschwäche nachweisbar wirksam ist und als 1A-Empfehlung durchgeführt werden soll. Und das trifft für die meisten Subgruppen auch für die kardiologische Rehabilitation zu. Diese Leitlinie wurde 2023 nochmal überarbeitet, aber die Überarbeitung hat nichts mit den Aussagen zur Bewegungstherapie zu tun. Hier ging es nur um paar medikamentöse Therapieprinzipien. Also die Europäische Herzgesellschaft stellt sich eindeutig auf den Standpunkt, Bewegungstherapie bei Herzschwäche ist Pflicht und muss gemacht werden, genauso wie die Basismedikamente, die wir bei Herzschwäche anwenden. Die deutsche nationale Versorgungsleitlinie Herzschwäche geht dann noch einen Schritt weiter, wird konkreter, was sicherlich auch mit der Beteiligung der DGPR an dieser Leitlinie zu tun hat. Und die nationale Versorgungsleitlinie in der aktuellen Version von 2023, die sagt ganz eindeutig, Bewegungstherapie und Rehabilitation sind erforderlich und die sind strukturiert erforderlich. Die Bewegungstherapie soll begleitet, strukturiert und systematisch durchgeführt werden. Und dafür kommen am besten in Frage ambulante Herzenssuffizienzgruppen, die wir Ihnen ja gleich im Detail vorstellen. Also da gibt es überhaupt keine Dissens an dieser Stelle, dass diese Form der chronischen Betreuung von Herzschwäche als erfolgversprechend wirksam dargestellt wird und gemacht werden soll. Sie wissen sicherlich auch, dass es inzwischen für den deutschsprachigen Raum eine kardiologische Rehabilitationsleitlinie gibt und diese Leitlinie nimmt zur Indikation der Rehabilitation bei Herzschwäche Stellung und folgt natürlich und ist im Konsens mit allen anderen Leitlinien, Rehabilitation bei Herzschwäche ist erforderlich. Es gibt manche Einschränkungen, aber wenn Sie hören, dass zum Beispiel gesagt wird, sofern der Patient Schulungsbedarf hat, zeigen Sie mir einen Herzinsuffizienzpatienten, der keinen Schulungsbedarf hat. Das ist mir noch nicht vorgekommen und von daher sage ich, es wäre sehr, sehr wichtig, dafür zu sorgen und dafür zu werben, dass möglichst viele Herzinsuffizienzpatienten in den Genuss von Rehabilitation und dann weitergeführt in den Genuss einer strukturierten Bewegungstherapie und in einer Gruppenbetreuung kommen, weil das die Prognose am Ende auch positiv beeinflussen wird. Die anderen Parameter sind ja bereits nachgewiesen. Jetzt kommen hier in der kardiologischen Reha-Leitlinie einige Details, wie Bewegungstherapie zu steuern ist, dass wir eine Leistungsmessung brauchen und dass wir zum Beispiel nach quantitativen Leistungsmessungen dann die Therapie steuern, wie zum Beispiel spiroergometrische Parameter oder die subjektive Borg-Skala oder der 6-Minuten-G-Test als Ausgangspunkt für die Frage, wie belasten wir den Patienten mit Herzinsuffizienz. Alles sehr detailliert ausgefüllt, tolles Nachschlagewerk, wo man noch mal im Einzelnen nachsehen kann, wie ist das Ganze zu verstehen. Hier wird es noch mal im Einzelnen ausgeführt, sodass eigentlich jeder nachlesen kann, wie kann ich Herzinsuffiziente Patienten strukturiert behandeln, wie kann die Trainingsintensität am besten gesteuert werden. Ich fasse diesbezüglich zusammen, dass Bewegungstherapie bei allen Formen der Herzinsuffizienz erforderlich nachgewiesen ist. Prognostisch gibt es noch Datenlücken, Datenlücken, was die Stablichkeit angeht, aber sicher ist, dass Krankenhauswiederaufnahme, Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und Symptomatik durch Bewegungstherapie gebessert werden kann. Hier ist eine kleine Untersuchung, die wir gemacht haben, mal mit 800 Patienten mit eingeschränkter Ventrikelfunktion, die wir sechs Monate nach beobachtet haben mit einem Telefoninterview und dort hatten wir eine Stablichkeit im unteren einstelligen Prozent nach sechs Monaten und das ist natürlich nicht kontrolliert gemacht worden. Aber wenn Sie die Literaturdaten nehmen, was nach einer dekomplizierten Herzinsuffizienz im ambulanten Bereich sonst für Sterblichkeitsdaten und Wiederaufnahmequoten beobachtet werden, dann deutet das eigentlich an, dass die kardiologische Rehabilitation und die Bewegungstherapie möglicherweise auch prognostische Wirkung haben kann. Sehr ermutigend an dieser Stelle ist auch eine Arbeit aus Japan an über 3000 Krankenhauspatienten, von denen etwa 25 Prozent ein ambulantes Herzinsuffizienzprogramm durchlaufen haben und nach etwa zwei Jahren hat man dann geguckt, was ist dann rausgekommen und hier, wenn Sie die mittlere Spalte mal betrachten, sehen Sie, dass fast in allen Subgruppen auch die Sterblichkeit dieser Patienten niedriger war als die Sterblichkeit der Patienten, die kein ambulantes Herzinsuffizienzprogramm erhalten hatten. Und ich glaube, wenn das weiter so detailliert untersucht wird, werden wir auch prognostische Daten hinsichtlich der Sterblichkeit bekommen, die den Nutzen der Bewegungstherapie und der Rehabilitation nachweisen werden. Dieses schöne Bildchen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten aus dem European Heart Journal von 23, wo der Autor am Ende zu der, finde ich, überzeugenden und klaren Idee kommt, dass die Bewegungstherapie und die Rehabilitation bei Herzinsuffizienz genauso, mindestens, genauso wichtig ist wie die medikamentösen Therapieprinzipien und das Schema zeigt jetzt so einen antiken Tempel und Sie sehen, die rechte Säule steht CR drauf, das heißt Cardiac Rehabilitation oder ich übersetze jetzt Bewegungstherapie als fünfte Säule und wesentliches tragendes Element der dauerhaften Therapie und Betreuung von Herzinsuffizienzpatienten. Also, wir haben eindeutige Nachweise für Bewegungstherapie bei Herzschwäche, wir haben viele, viele positive nachgewiesene Wirkungen von Bewegungstherapie bei Herzschwäche, wir haben das Riesenproblem, dass nur ein geringer Bruchteil der Patienten in den Genuss dieser wesentlichen und wichtigen Therapie bekommt und unsere Hauptaufgabe ist es eigentlich jetzt als Vertreter von Rehabilitation und Bewegungstherapie die Awareness, also das Bewusstsein zu verbreiten und zu schaffen, dass mehr Patienten systematisch in den Genuss von dieser wichtigen Therapie bekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich